Ganz genau, ganz genau. Leute, was geht ab? Locos am Start, Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu spät bin. Was geht, was geht? Locos am Start, ja. So, was geht Carsten, Basti, Marius, Idris, was ist ein zweiter Count? Back to Infinity, Andreas, Schreiber, was geht ab? So, rein. Ich habe noch nicht mal Robo gedacht, ich habe zumindest schon mal aufgemacht. So, ich trete dir schon mal bei. Jo, ich bin noch auf Brigadenzer. So, Freunde, ganz genau, ganz genau, genau. Warum kamen keine Videos mehr? Ich bin jetzt gerade nicht zu Hause. Ich habe nur bis vor zwei Tagen genug Videos gehabt und irgendwie habe ich hier so schlechtes Internet, dass ich nichts hochladen kann. Ab morgen gibt es aber wieder Videos, wenn alles klappt. Also das Video ist eigentlich fertig. Sollte schon vor zwei Tagen online sein, aber irgendwie das Internet hier, weiß ich nicht, mag mich nicht oder so. Macht ihr Crime heute? Ich denke schon. Also wir gucken einfach mal, wir probieren ein bisschen aus und je nachdem, wie es dann so läuft, schauen wir mal, was wir so, was wir so heute machen. Genau, Leute. Bimo, was geht, bekomme ich einen Hi. Hallo. Du hast bald die 10k Abos. Stimmt, Leute. Ja, fehlt echt, ich war viel. Leute, das ist ja krass. Einfach 10.000 Abos, Leute. Crazy. Hört ihr nichts, Leute? Doch, ihr müsstet eigentlich alles hören. Test, 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 test. Warum bist du im Gefängnis? Ich war wahrscheinlich zu nah beim Polizisten oder so. Jetzt da. Ist das so eine Verzögerung? Okay, doch, ich höre dich noch ganz. Also ich habe dein Stream kurz aufgemacht und ich höre dich kurz aufgemacht. Okay, sehr gut. Hauptsache, es läuft. Alles klar. Klar könnt ihr mitmachen, wir sind nun jetzt noch auf dem privaten Server. Jo, genau, genau, genau. Ich war gerade einfach noch auf Geburtstag, Leute. Und dann musste ich auf einmal gehen, weil ich dachte, oh nein, die mussten doch streamen. So, Freunde, ab morgen gibt es dann aber wieder Videos, Leute. Ab morgen wieder Videos. Ja, endlich. Let's go. Leute. Ganz genau. Gucken wir mal, was wir heute Schönes, Feines machen, Freunde. Hallo, Finn. Was machst du bei 10k Abos? Ich weiß es noch nicht, Leute. Es kommt darauf an. Vielleicht gibt es ein super, super Special und ich zeige euch einfach mal, wo ich wohne. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht zeige ich euch einfach auch mein Zimmer, wenn es fertig ist. Wenn es im neuen Haus fertig ist. Und sonst. Mal gucken. Vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ab 10.000 oder vielleicht irgendwie was anderes. So 20.000 oder so. Vielleicht auch so ein Song. So ein Song hätte ich auch mal voll Bock drauf. So ein Notruf Hamburg oder so ein Roblox-Song. Irgendwie sowas. Wäre schon lustig auf jeden Fall. Aber mal gucken, Freunde. Mal gucken. Seid gespannt. Auf jeden Fall brauche ich aber noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich bin gerade nicht zu Hause. Und ich gehe wahrscheinlich Loco besuchen bald. Yeah. Vielleicht auch noch schön was reingesnackt, Leute. Ich habe auch noch Chips hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Feuerdrachen von Penny. Boah, ich liebe diese Dinger, Eddie. Kannst du auch Mitgliedschaften verschenken? So können wir eigentlich auch mal zwischendurch so machen. Bimo hast du eine Million Abos. Das wäre, das wäre schön. Wie joint man dann, meint sie jetzt hier? Dauert noch. Also wir changen gleich auf jeden Fall in einer öffentlichen Saison. Man könnte alle mitspielen. Wir sammeln uns jetzt nur ganz kurz hier. Einmal kurz Kräfte sammeln für die vorstehende Prime-Action-Freude. Und ich doch trinken. Carsten, wegen dem Bann. Ich habe noch mal gefragt. Ich hoffe, du meinst in Notruf Hamburg. Wenn du ein echtem Krankenhaus bist, so wünschst du dir auch wir für gute Besserung finden. Werd gesund ganz schnell wieder. Also bei mir sind keine Legs, Leute. Weil nur ich habe mich nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob Loco das Video schon hochgeladen hat. Von gestern? Ja. Nee, nee, kommt morgen. Okay, ich glaube, bei mir kommt das auch morgen. Boah, Leute, ich werde morgen so etwas Krasses sehen. Das habe ich noch nie in Notruf Hamburg gesehen. Noch nie, noch nie. Und doch keine Antwort rausgekommen. Das ist so crazy. Genau. Das ist so crazy. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir sind irgendwo drauf und auf einmal haben wir es einfach gesehen. Aber ich sage nicht, was, Leute. Nee, dann müssen wir uns entscheiden. Genau, genau, genau. Auch ins Video mal gucken. Aber es hat mit dem Auto zu tun. Und Leute wirklich, wir waren so verwundert. Wir haben sowas noch nie gesehen. Ja, ehrlich. Wir wollten eigentlich ganz nochmal cry machen und auf einmal boom. Auf einmal boom. Ich habe ein Bein gebrochen, auch. Oh, nein. Das ist stressig, das ist stressig. Aber du kannst halt ganz Zeit im Bett liegen jetzt. Oh, was die... So, Idris, bitte antworten. Idris, bei mir steht, du hast keine Berechnung. Ja, weil das ist auf dem privaten Service, Leute. Kannst du mich bitte entbannen? Also, wenn du gebannt bist, wird es einen guten Grund gehabt. Hab, Carsten. Und du warst das, glaube ich, wegen den Beleidigungen. Polizeiporsche? Nee, 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 nicht das, nicht das. Aber das war auch krass. Oh, Polizeiporsche, der war so heftig, Leute. Da war einfach ein Admin auf dem Server. Leute, check auf jeden Fall Locos letztes Video oder vorletztes Video ab mit dem Polizeiporsche. Ja, wirklich. Verschwammt einfach ein Admin von Notruf Hamburg auf seinem Server gewesen. Äh, auf einem Server gewesen. Und boah, Leute, das ist ein Lograiser wirklich. Der hat uns immer hochgeholt. Wir hatten so eine riesen Sniper-Schlacht. Der hat richtig Spaß gemacht und keiner musste immer Notruf. Also, der hat immer einfach alle revived. So, ja, weiß nicht. Planen, wir können ja als erstes irgendwie... SEK finde ich immer noch nervig. SEK werde ich nie wieder sein. Also, entweder Crime... Ja, lass erst mal einen legalen Job machen. Erst mal ein bisschen Geld bekriegen, statt Geld ausgeben. Ja, ja, genau, genau, genau. Das klingt doch noch ein Plan eigentlich, okay. Hä, MIMO und LOCO auf die Null, was soll das denn? Pasti, ich muss sagen, du machst einen guten Montheids-Job. Das stimmt. Pasti, du machst einen sehr, sehr guten Job. was man zu roblox schon hier oder was meinst du so wie heißt er auf youtube loko meinst du ich leute ich fette euch mal lokus youtube channel in den chat jetzt hier aber du hast zu lange nachgedacht ich habe darüber gar nicht nachgedacht ich finde immer noch gerechtfertigt dass du gebannt bist wenn ich gibt es nicht zu eine millionen abonnenten habe den blöken blockiere ich euch alle einmal ich habe heute meinen allerersten pc bekommen hatte davor keinen und spielte immer auf dem ipad wir kommen jetzt bei den gamern okay danke für die 8000 ihre erde auch von mir auch hier vielen 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 dank leute an alle die hier immer irgendwie ein paar spenden abdrücken oder sowas hier in game maximale leute wirklich so macht die eine millione abos voll ja carsten denn wenn mache ich einmal in blockieren ist alle hoffen wir dass wir das irgendwann schaffen ich habe aus von halsschmerzen behalt schmerz ist heftig aber ich krieg auch über schnell halsschmerzen vielleicht ist weil ich deswegen so blöd dass man auf xbox nicht schreiben kann auf roblox ein das haben wir auch schon gehört von den ersten leuten ja genug aufgenommen haben voll stumpf irgendwie für die wohl nicht nur so okay dann stellen wir auch mann ich habe irgendwie das gefühl dass sich das dass sich notruf hamburg auf dem laptop noch mal anders spielt oder die oder das ist wirklich jetzt ganz komisch mit der steuerung der autos ich habe das gefühl die autos auf lenken nicht mehr so krass oder sind meine reifen kaputt nö ist alles heimlich komisch ja ich habe das gefühl die hat man auch wieder daran rumgefuscht an dem fahrfallen letztens bin ich wieder in die kurve rein und bin ich auch gefühlt gegen die wand gefahren wenn ich nicht vom gas runter bin oder gas gegeben aber einfach rein aber dann kannst du nicht mehr in den chat sehen wenn du live machst doch auf jeden fall leute keine sorge da gibt es ja immer noch mitglieder und sowas die denn ja den nachrichten hervorgehoben werden und euch vergesse ich alle nicht ich habe so eine krasse gaming pc 3000 euro oder alles dazu komplett gaming setup hat 9000 euro gekostet sind im auto 4500 von phoenix danke bist du in dem bugatti oder wo bist du steck uns ein ich fahr zum schmuggler denn ist bei denen ich nur stehen so okay warum ist game meyer deiner freundes ist bitte antwort ich habe gerade zwei fans noch geendet entweder weil das ist immer unterschiedlich es kann halt vorkommen dass wir vielleicht wirklich nur oder ausnahmefall fällen mal über längere zeitraum den ein oder an die ein oder andere anfrage annehmen ein habe ich angenommen doch weil der bei bimo sagt noch ins finale kommen sollte und der beim letzten bimo sagt halt nicht online deswegen damit ich mir das halt merke und ich vergesse er hat auf jeden vollen platz im nächsten finale von bimo sagt ja oder heißt ich habe partner leute genau 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 wegen aufnahme partner zum beispiel auch vor allem jetzt wo ich gerade am laptop spiele bin ich nicht so gut leute das würde ich gleich wahrscheinlich auch merken deswegen ist es halt einfach günstig plötzlich so ein notarzt irgendwie am start zu haben oder irgendwie sowas das erreicht hat das ganze ein bisschen jetzt und ja wir müssen da nicht nervig ganze zeit rumliegen wenn wir irgendwie da umgeschossen werden oder so gehen da leute carsten merkst du nicht dass bimo die ganze drehe wie soll ich die antworten bist du also tschüss gesagt antworte wir antworte mir bei bei martin was geht ab wenn du den notruf hamburg kloppe joins kriegst du mehr einkommen aber stimmt das wirklich ich habe gedacht das ist nur so aber vielleicht vielleicht ist es vielleicht ist es jetzt halt wirklich so ist ja stimmt ist ja auch weniger so sehr gut ich habe mir auch noch freuen irgendwie 2000 und 3000 ehre leute loko viel lambo aber kostet so viel will lambo ja der lambo ist wirklich nice gibt viele fahrmethoden auch letztens erst auf meinem youtube kanal hochgeladen kannst du gerne gucken wie kann man schon gleich wir sind auch privat genau 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 ich würde sagen sind ein zwei minuten können wir jetzt aber gleich server change und dann gehen wir auf öffentliches server leute ich bin noch crime ist auch noch klar ja ich habe sniper g36 und wollen wir noch am start nehmen da irgendwas schönes mit leute bimo bitte macht bei 10 10.000 abos rumtour das ist das wäre eigentlich cool aber ich habe die abos halt so schnell und ich bin erst in ein zwei wochen wieder zu hause aber vielleicht mache ich so als verspätet irgendwie er kann man ja danach trinkt ich noch mal lami war das ja auch ein bisschen später als er das eine millionensbesuch gelandet ja genau wann streamst du immer boah wir haben da gar nicht so feste tage wir streamen einfach immer mal so immer so ich jetzt wenn ich keine videos morgens hochladen dann versuche ich so gegen abend mal zu streamen leute das kann man sich eigentlich so merken ja 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 also hauptsächlich am wochenende in der woche ist genau genau spontan eher wochenende aber so war mir jetzt öffentlichen server ja ganz kurz mein handy damit ich den schiff sie 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 warum kann man nicht sein ist gerade noch privater server wir rüsten uns noch gerade aus und dann geht es gleich los leute ich nehme schon mal sniper ja dann sind wir jetzt erstmal kriminell dann ist es so ich bin finn mir ein bein gebrochen ah der finn ist auch bei mir gute besserung so labi für mr t natürlich kenne ich dich ja auch noch okay der lambo passt einfach durch ja ich muss noch einmal zum schmuggler auch vielleicht war der auch hier natürlich nicht ich muss einmal kurz hoch soo back to infinity was geht ab chillig mal ähm room tour ja das können wir echt mal machen bei mir eigentlich weil ich habe echt so ein gamingzimmer mittlerweile ist so umgezogen da will ich nicht viel preis geben außer das worauf ich spiele so freunde ich bin auf öffentlichen ja ich bekomme ich nach ich muss noch einmal kurz zum deal oh hier ist ja noch voll schmuck ja mann zack wieder 5k drauf das ist nicht so gut du hast fast 2k abos ja leute die haben wir auch fast geknackt bimus kurz vor 10k ich fast vor 2k genau noch 30 40 oder so mega leute oh meine musik war die ganze zeit aus ich habe mich schon gefragt warum soll ruhig ist hier leute du beleid i'm sorry dafür ich bin ganz alleine gerade die juve hier maustrauben 73 30 noch Ich bin ganz alleine sicher ich bin ganz alleine Loins und hab ja die die in die wach die Wach die die in Ich habe auch schon eine Sniper, bin jetzt oben beim Hafen gerade. Wo bist du denn? Beim Juwelierenden Neo? Ah, Feuerwehr, okay. So, hey, voll cool, was ihr macht. Will auch. Ja, komm vorbei. Wie kannst du jetzt joinen? Oh, 8.000 von Marpo und da war, glaube ich, noch mehr Geld. Basti hat sich auch angeschlossen. Leute, was geht ab? Basti, die da jetzt so ruhig joinen können. GameMayer war ja auch da. Aber nett, dass du es nicht getan hast. Sehr, sehr nett. Ich komme, ich komme. Ich bin auch gleich da. Oh, ich komme, 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 ich komme. Oh, ich habe ein Down. Sehr schön. Da kommt nächstes Polizeiauto. Oh, 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 oh. Hey, der ist voll am Lagen, der SCK, der ist eigentlich so gut down. Hey, da ist eine Polizei reingerannt. Hey, bist du sicher, wo bist du? 8.000 von Adrian, 8.000 von Green Fox, 8.000 von Wolf. Ey, Kuss geht raus, danke für Leute. Gerade 24k gemacht in der Zeit. Ey, der ist richtig am Lagen, jetzt weiß ich, wie du meinst. Der ist übelst am Lagen, was geht bei dem denn? Der macht mir zu sehr Angst, Leute. Äh, pass auf, pass auf. Ich habe den richtig heftig abgeschossen. Vielleicht ist der so ein bisschen Delay und der ist jetzt erst. Einmal. Zweimal. Ja, oh, nice. Oh, da kommt das Nächste. Oh, hier, hier, hier. Oh, Gott, oh, Gott. Ey, hier ist noch einer. Oh. Hier auch. Einmal getroffen. Oh mein Gott. Ich habe einen. Ich habe einen. Einmal. Nein, der SEK hat mich, aber ich habe ihn zweimal getroffen schon. Oh, okay, okay. Oh, 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 Leute, Leute, Leute. Viel Glück bei der Operation, Finn. Sorry, dass ich gerade nicht so auf den Shit reagieren kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Snoops, genau, ich erinnere mich. So, Leute, das ist eine Schlacht hier. Kuss geht raus, Finn. Ich wünsche dir auch wirklich viel Glück. Bro, ich war nett. Oh. Ich habe neun Schuss noch. Neun Schuss. Entschuldigung, SEK hat neuerzlich, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass du nett bist, Martin. Du musst mehr sagen wer du bist und zeigen dich. Am besten, wenn ihr nett seid, zieht euren Helm ab. Ich seh jetzt auch niemanden. Ich seh niemanden. Da ist einer, da ist einer. Oh Leute, jetzt will ich... Ah Felix ist hier. Oh Mann, die sind doch doof. Yeah, Leute. Und schnapp mir erstmal den da hinten, der mich die ganze Zeit so doof anschießt, von der Seite. Nervensäge. Oder schießt der überhaupt auf mich? Oder ist das ein Kollege? Smarty. Kannst du mich gleich retten vielleicht? Ja. Wenn du in der Nähe bist. Öh, der Polizist ist schon K.O. Aber jetzt steht noch einer, der dabei mehr lebt. Okay, dann ist das der andere Sniper hier drüben, glaube ich. Oh Mann ey. Ich höre Schisse, aber ich seh keinen. Leute, Leute, Leute. Ich kann mich hier aber nicht so richtig bewegen. Oh ja, oh ja. Oh ja, ich kann mich bewegen. Kann mich bewegen. Oh mein Gott, ich bin aber auch fast down. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Achso, wer haut ab. Nein, falsche Auto. Nein, wieso kannst du dich fahren? Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, wer Martin ist. Jetzt fährt. Okay, okay. Oh mein Gott. Hast du das ge- Nein. Oh. 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 Ist es abgeschlossen? Nein. Oh nein, warte, warte. Oh nein. Ich versuch's noch. Ich bin K.O. Ich bin K.O. Oh nein. Oh mein Gott. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polizisten schon wieder. Oh mein Gott, Leute. Der, der die Mütze ab hat beim SEK ist freundlich. Nur, dass du Bescheid weißt. Aber wer hat die Mütze ab? Ist das dieser Smarty? Smarty bist du das? Alter, die gehen alle zu dir. Die gehen alle zu dir. Oh, ich stehe. Ah, ich bin verhaftet. Aber nicht vom Guten. Ich glaube, der war nicht gut. Freddy kam mir nicht gut vor. Okay, warte. Ich weiß nicht. Ah, du ne. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, aber. Close. Ja, Freddy ist weg. Aber er steht direkt ein Notarzt halt, ne? Bei light Christine. Okay, ich hab noch mal. Oh mein Gott, Leute. Ich hab noch mal. Oh mein Gott, ich hab noch mal. Das war zu viel. Das war zu viel. Einmal, das war zu viel. Das war zu viel. Das war zu viele. Wurde halt auch direkt gejagt, ne? Ja, 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 aber richtig. aber wir haben noch ein sniper ich glaube ja wir genug polizisten die mich festnehmen wollen müsste dieser lieber krimineller wir haben hier keine einzige kriminelle unterstützung alles polizisten hier oh mein gott und wieder verhaftet ich stehe auch wieder und ich werde verhaftet aber ich glaube smarty war gut ich glaube du hast mutter erwischt ich hatte mutter erwischt sie aber bevor du obwohl ich habe nur zwei stelle obwohl die zwei stellen kriegst du glaube ich 40 xp 1 ok das war ich keine ahnung was du meinst so leute ich wollte jetzt auch mal wieder auf hier hallo ich muss dich nicht zu entschuldigen ich meine nur warum ich das jetzt nicht erwähnen werde ok ja der parkt schon ziemlich safe ich log mich einfach aus bevor er mich im gefängnis bringen kann ich gerne die xp nicht hey bimo magst du mich wo alle von euch leute du darfst natürlich auch sachen aus rauben das würde ich sowieso tun auch wenn du polizist wisst ihr mich ich glaube ich aus er kriegt die xp nicht ich gehe neuen server obwohl ich könnte ja eigentlich auch in denselben stimmt ja ich hab gar nicht drüber nachgedacht ja ich sag doch du hast einen guten erwischt ja ich hab doch gesagt smarty ist ein guter Martin müsste eigentlich martin sein aber eisbär hatte ich nicht ein eisbär ja ne eisbär ja genau das ist martin der ist gut da müsste ich eigentlich zum auto ausfahren ich glaube der versucht hier wen abzuhängen das könnte sein das kann sein also eigener ist zumindest bei mir im chat und meint der ist ein guter okay 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 boah eh ich danke dir auf jeden fall hast du mich gesehen ich habe einen neuen avatar marios ja habe ich gesehen der weiße du bist der beste muss oft bei muss weg bei kurz geht raus finden und viel glück bei einer operation vielleicht sehen wir uns jetzt nächsten morgen kann ich mir sagen wie es gelaufen ist ich bin guter korb ich kann euch deshalb nicht versprechen leute ne wenn ihr auf einmal als polizist vor mir seid während ich gerade drei abgeschossen habe dann seid ihr wahrscheinlich die nächsten da differenzier also schlagt euch lieber auf die kriminelle seite von uns wisst ihr wie groß tschüss bimo von finn wisst wie groß wir sein könnten wenn ihr alle kriminell seid statt polizisten ich war der sniper a u1 und 2 blablabla war der sniper keine ahnung ich weiß gar nicht genau wo du warst ich werde kriminell andere kuss 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 auch von mir auch schon ein paar auction zimmer zusammengekommen hier viermal 8 tausend auf einmal aber noch einmal kurs geht raus leute wirklich auf alle die geld spenden richtig nice von euch hier ausweichen zack ab in den knurz ach ja leute ich war der pinkweiße ja weiß ich weiter der bahn war doch hinter der bahn gar nicht gesehen ich bin wieder frei ich bin so eine minute 40 warten leute ich finde shit farbe ja wirklich sehr eklig kann man die könnte ich dir aber weg machen dann kommt die neu geht es aber so ganz komisches grün ja jetzt zu blau das sieht besser aus das sieht besser aus im gefängnis so hier anscheinend gehe ich später noch ins kino leute höhe nur ich finde weiß ich habe gesagt und wo ebenso ein animier Film glaube ich die die pfp die 20 Uhr wo auch ein schreibt er ja lo mir auch hallo so freunde die zivil porsche mod leute das war keine mod das war ein admin ich weiß nicht glaube nicht was machst du wenn ice sticks kommt in die runde wir spielen halt zusammen wie wir es uns auch machen die leute denken ehrlich krass heftig ist sogar da lol ist das der echte hatte ich muss erst prüfen auf 60 ist erstmal kurz prüfen hier ich muss tanken leute es gibt ein mod menü ja ja ok zum schieten denn ja leute das wissen wir eigentlich auch mal mit so einem anderen account machen und darüber video machen wie man das installiert wollt ihr euch das mal sehen leute ja mit irgendeinen anderen account ich bin ein faker die ganze zeit die polizei oder was leute warum jagt ihr so ich muss tanken deswegen wollte ich den jetzt können wir vielleicht schon mal server wechseln ist hier schon voll ja schon das stimmt das stimmt soll wir das server wechsel leute ich gehe nochmal vorher kurz tanken hi loko bimo melanie guten tag wie geht es euch allen das habe ich noch gar nicht gefragt geht es euch allen gut schönen tag schöne woche bisher kann man beitreten loko auf youtube oder bimo auf youtube folgen in roblox und dann könnt ihr beitreten genau so wir tanken jetzt und dann machen wir kurz ein server switch leute also für alle die jetzt noch reinkommen wollen können dies jetzt tun hast du schon einen ausgesucht oder dann suche ich schon mal einen aus mir geht es 8 von 10 das ist eigentlich sehr gut wie ich behaupte man kann also 10 von 10 ist ja auch das ist ein braunes auto also brauner bmw war das mit dem eisbär das ist okay ich bin auf jeden fall auf dem neuen server ja ich gehe jetzt auch zack ich bin raus machen wir jetzt weiter oder machen wir jetzt irgendwie polizei oder was wollen wir machen ich bin ich hab noch waffen und so eigentlich okay du wirst du nicht verhaftet auch oder hast du neugierig ach ja stimmt der hat dich ja freigelassen stimmt ja ja aber ich werde halt immer noch die ganze zeit gejagt jetzt wurde unter mir gesetzt mein auto sogar kaputt gegangen wegen verkehrsverbrechen du denkst doch wirklich ich lasse bist du das bimo rette mich so einmal zum adrc hier schnell die karte einmal auf wieder heil machen freunde 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 so und danach einmal autohaus so opsala oh das war knapp so jetzt einmal bitte hier rein fahren einmal heile machen hier leute wisst ihr was ich mache jetzt einfach mal den hier grün einmal kurz farbe changen wie geht das was meinst du ein anderer youtuber sagt dass der porsche ein mod fahrzeug ist 1000 eilen also gibt bestimmt bestimmt auch eine mod die das kann aber der typ war ein admin das war blue bei blue leute also könnt ihr nachgucken die dd wie geht das gut und euch uns geht es auch wunderbar glaube ich aktuell also wir können uns echt nicht beschweren schöne lebensphase gerade weil alle schichten voll sind ja du musst ja auch nicht du musst ja auch nicht unbedingt polizist sein du musst also ja nie jagen also wir haben schon schwer genug mit den normalen polizisten ich hatte vorher schon roblox aber ich habe es nie gespielt eigentlich dann habe ich damals in den parkst dein auto doof und dann sollst du noch bei mir einsteigen dann habe ich in brokhaven damals so code videos gemacht womit man musik spielen konnte bestimmte musik und hier irgendwann wurde das ja rausgepatcht und dann habe ich irgendwie weil ich weil ich ein jahr lang aktiv und dann habe ich mir so ein paar buch aber ich habe alle viele Videos und dann habe ich mir so ein blöde deine streams sind so cringe weiter so und sei Dankeschön da in den Kommentar ist genauso cringe von daher passt doch wunderbar hier rein ne stimmt oh man ich komme nicht rüber mit dem bugatti also rückwärts fahr ich halt rückwärts dahin einen tag später als ich mit bei blue gespielt habe habe ich ihn wieder getroffen er hat eine automatische sniper boah das ist auch cool aber die hat er im stream war als polizist ich glaube da hat er zumindest eine normale also es war zumindest recht fair so wie kann man join mein name ist in der video beschreibung oder stream beschreibung und den namen einfach bei roblox eingeben und dann hinterher join so wie als wenn man befreundet wird ich habe alles andere schon vorgelesen von dir einfach zurückspulen so wo bist du ähm ADAC kurz geht raus finden nochmal so oh polizei bei der bank ist alles voll hier hey sind wir wieder auf dem selben server das ist back to infinity so Morten ich habe dich jetzt mal ähm sagen wir mal als Moderator in Probezeit eingestellt oh jetzt den glückwunsch Morten wie cool je nachdem je nachdem richtig nice ja ich werde dir direkt gewusst aber ich habe wohl viele Autos hier rumfahren aber drei Bucaris wir sind drei Bucaris äh wo bist du äh jetzt beim Hafen Hafen ui ja äh macht ihr noch polizei heute ich glaube das macht wenig Sinn wenn alle polizei sind dann bleiben für uns immer wenig kriminelle über schade dass man nicht oh lol schade dass man nicht schade dass man nicht rüften kann ey ja mehr oder weniger du musst mal versuchen kein Gas zu geben in der Kurve und dann wieder Gas also irgendwie geht das aber nicht so richtig also nicht so wie man sich träumen würde natürlich ja 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 aber ich dachte mir gerade hier ich fahr hier so gerade rum und irgendwie wäre driften so cool und Handbremse kannst du mit leider während des Fahrens nicht aktivieren ähm sie wollen bei mir alle polizei sehen scheinbar Alex fragt kommt der Bus heute meint du der Bus mit den Leuten die dich infiziert äh hä äh äh danke für die tausend Juliusson Juliusson soo ich nehm hier jetzt erstmal den Automaten hier hat mal Lkw Fahrer okay Leute ich werd jetzt Lkw Fahrer ich glaub ich hab Lkw Fahrer war das allererste was ich in Notruf Hamburg gemacht habe der hier direkt angegeiert kommt ich hab nen Automaten ausgeraubt lass mich in Ruhe Junge shit ich muss den Server wieder wechseln oh oh Leute gar nicht gut gar nicht gut ihr geht schon wieder voll die Edge ab jetzt ich wechsle nochmal Server bist du zufällig weil bei mir jagen mich 4-5 Leute auch muss mal ganz kurz mich auch mich auch mich auch so Leute ich will jetzt eigentlich noch gerne irgendwie die Sachen da aufnehmen lol das hab ich auch schon vorgelesen aber was soll ich dir sagen Markus es ist halt nicht so es kann sein natürlich kann es auch nen Mod geben aber ne keine Ahnung wenn du keine Mod per Google gefunden hast dann wird es wohl keine Mod darüber geben true so Leute jetzt wurde Polizei entkommen hier oh oh bin voll doof gefahren so machst du Video ne ich mach kein Video sondern Livestream oh 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 gar nicht gut oh Leute gar nicht gut oh nein oh mein Gott Bimo wir haben nen Challenge ja Soul sagt wenn ihr schafft eine Bank erfolgreich auszurum bekommt ihr beide von mir 8k schaffen wir oder ja safe wenn ich jetzt im Knast schon bin hehehehe keiner darf sterben ok oh nice ich bin nicht im Knast ok sehr schön also keiner darf sterben von uns beide das ist die erste Regel gibt es noch was hier das heute wieder Verstecken spielen ja Verstecken ist immer sehr anstrengend heute also ich habe ich weiß nicht wie lange du jetzt noch streamst so lange kann ich jetzt nicht mehr streamen ne ich auch nicht aber ähm ja genau 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 sonst kannst du ja danach noch ein bisschen weiter streamen und ich werde einfach ich bin auch so für ne Stunde und dann bin ich halt wieder raus ne also so gegen 19 Uhr ja genau genau ich glaube bei mir wäre so vielleicht ja bisschen über ne halbe Stunde jetzt noch denn siehste da muss ich mich einmal ganz schnell ganz schnell fertig machen da fürs Kino und dann gehen wir anscheinend so einen Film gucken auch richtig cool ey ich war auch schon lange nicht mehr im Kino ne ich auch übel lange nicht mehr ich habe auch gerade drüber nachgedacht gibt es denn geile Filme also wir haben ja auch ein Kino in der Stadt wenn du bei uns bist zur Not auch wenn unsere Stadt klein ist safe und zur Not halt hell so kann ich Mod bitte ähm nö ne 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 ich würde mit der Zeit einfach immer Leute mit drei Versuche wegen der ganzen Polizisten wenn die sich halt als Moderatoren auch etablieren also ich mach keinen Moderator der aktiv danach fragt das ist schon mal sicher ähm sondern ich entscheide selber mit der Zeit wenn ich merke guck mal Morten hat sich die ganze Zeit richtig Mühe gegeben du musst auf jeden Fall aktiv sein Leute das ist schon mal der erste Point und das sind die meisten die Fragen schon gar nicht die siehst du einmal in der Woche so im Stream oder so für ne halbe Stunde und die die dann am Ende Mod werden die sieht man einfach die sind einfach da und die machen das einfach schon ohne dass man was gesagt hat und dann werden die halt Mod boof wie basti alter 1a Top Mod bisher und Morten auch bei mir ab und zu gewesen also kurz geht raus Glückwunsch auf jeden auf jeden betrifft den richtigen ich bin fast bei der Bank ich bin fast bei der Bank ich bin fast bei der Bank ja ich bin irgendwie rumgefahren lass uns schnelles Ding machen lass uns schnelles Ding machen hast du schon alles? ich hab alles soll mir die Bank schon komplett nehmen ich hab sogar 10 Sprungdinger noch und hier ja also er meinte würde ich Mod bekommen Soul nur ne Frage ich seh dass du immer da bist aber du bist ja nicht im Chat aktiv weißt du was ich meine also du bist einer der besten Fans für dich definitiv also da bist du aktiv definitiv dabei aber du bist zu aktiv im Spiel dabei meistens ja ich bin noch muss mich eigentlich noch einkaufen aber scheiß drauf geh jetzt rein in der Bank ach so aber die kommen rein ich halt Tür zu ich halt Tür zu ah ich wurde getasert ach du bist doch gar nicht drinnen ich dachte du warst schon drinnen oh nein ich wurde von hinten getasert oh nein lol 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 was? 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 ja ich nicht Elfay will auch noch dich fangen oh man was war das denn für ein Dobermove oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Soul per se ja aber eh der Mord ist ja eher so Schettaufgabe wenn es dann irgendwann mal hier mehr zur Sache geht dann will ich dich lieber an der Seite an meiner Kampfseite haben als der Moderator mein Schatz ich würd euch allen gern mehr Rollen geben aber es gibt leider nur die Moderatorrolle da ist Twitch leider ähm schon hat Twitch da eigene Rollen? ne ne kann man da noch mehr Rollen verteilen? kann Twitch mehr Rollen verteilen? woher das mit den Mitgliedern geht das ja? ne ja ich weiß nicht Leute kann ich eigentlich Mitglieder wieder verschenken? gerade sehe ich das hast du mal geguckt ob du das auch gerade wieder kannst? also überhaupt jetzt kannst du letzten Monat ging es ja noch nicht mit dir äh was denn? Mitglieder verschenken bei dir selber achso jim 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 wie geht denn das hier? also in deinem Chat hast du ja auch das Dollarzeichen und dann kann ich auch Mitgliedschaft verschenken und dann steht das da direkt bei mir sehe ich jetzt nur Supersticker und Super Chat Super Chat und Super und Mitgliedschaft oder Mitgliedschaft verschenken steht bei dir noch gar nicht? nö ich kann immer nur Vorteile nur für Mitglieder freischalten ich sende dir kurz einen Screenshot per Snapchat ja 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 hm vielleicht musst du bei der Monetarisierung bei YouTube irgendwie noch was einstellen oder so ah Slapchat ich hab ja Discord gewartet heee heee das ist ja komisch ich bin ja immer noch nicht im Gefängnis ne ne der hat mich immer noch nicht hingestellt gebracht aber er ist grad dabei Jan Jan von Yi so ne ich hab Beitreten an eigentlich deswegen ist äh es kommen ja alle hier gerade die ganze Zeit auch hinterher gejoint oh diese Elmphil Harmonie Dingsbums ist hier sogar am leuchten ah mach mal äh Chat in einem neuen Fenster öffnen hast du das? äh oder ist das bei dir in diesem Browser Fenster drinnen achso ich bin auf Handy gerade ja ok da könnte es liegen weil als ich es eben da gemacht hab konnte ich es auch nicht als ich es in dem einzelnen Fenster hatte ging es ja Pfeil zu suchen verschenken ne bei dir kann ich übrigens auch immer nur immer noch nur die 5 Euro Mitgliedschaft verschenken komischerweise das ist so seltsam ja ehrlich ne oder kannst du nur für 5 Euro verschenken ne 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 also 5 Kanalmitgliedschaften 24 24 95 ne 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 das ist falsch ne ok ich seh dir auch mal ein Snapchat ja du ich glaub dir das hehehehe bei dir ging es auf jeden Fall das weiß ich guck das nochmal bei dir ich hatte den deinen Leuten ja schon mal Mitgliedschaften geschenkt ja also ich bin jetzt hier oben beim Schmuggler mit irgendwie ein paar Leuten wie schön hier ja ich komm da gleich hoch Mitgliedschaften verschenken ja da kann ich ganz runter scrollen eine Mitgliedschaft für 99 Cent doch seltsam Leute ich guck mal in den Einstellungen ich bin ja im Gefängnis bin jetzt erst draußen ich steig mal bei irgendwem gerade ein wer ist hier wer nimmt mich mit ist abgeschlossen oh nein verhaftet ich stell mich einfach unter die Lampe kurz dann bleib ich hier stehen dann kommst du ja gleich zu mir hehehe was ne Nervensäge Kollege lass doch einfach sein Mann das ist doch nervig jetzt vor allem ich statt da einfach da rum jd wir lieben dich auch hallo leute myjubi wow tut mir leid es laggt nicht bei mir bin heute nicht ein Notruf Hamburg oh nein sol hast du Waffen aktuell nicht verstehe verstehe also wirklich trotzdem top Fan mach Bank mach Bank shit Leute ich bin grad aufs Gefängnis gekommen sieh aber Polizei Job ich hab das Gefühl da bleibt irgendwie nicht viel über für mich ich folge ja weil ich kann nicht beitreten Leute manche können beitreten manche nicht ich weiß nicht wo alles liegt ich bin kein Roblox ach ich habe in einem anderen äh stream letztens erfahren können dass das wohl an eurem Alter im Datenschutz Alter liegt was ihr bei Roblox hinterlegt hat also ihr müsst da noch irgendwas bestätigen Leute und dann könnt ihr also guckt mal gerne in eure Einstellungen in den Datenschutz daran sollte das wohl liegen Benno was geht ab Roblox ja wie spielt Roblox Notruf Hamburg Markus Klinger Hi Loco ich gucke immer deine Videos regelmäßig Kuss geht raus danke für deinen Support Server wechseln ich bin im Knast da zwar aber keine Ahnung der traftet mich auch nicht der geht die ganze Zeit raus wenn wir noch irgendwie da von euch irgendwie Stopp sticken und so keine Ahnung ich finde das todes nervig so Leute dann gehen wir mal wieder in einen niedrigen Server und setzen kurz die Zeit im Knast ab dann haben wir noch weniger Zeit eigentlich wo wir jetzt ne Bank ausbauen können ich glaube dann machen wir noch eine Bank gleich mit oder wollen wir kurz nur reingammeln nee gar kein bock ok gar kein bock oh Gott ok ja 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 genau ja da muss man weiß nicht bisschen auch Action machen irgendwas so Leute 5 Minuten natürlich ich hab doch ne fette Videos gekauft Alter ja es ist so nervig wenn man sich auslockt ja oh meine Reifen sind schon wieder kaputt aaaaah Leute ja es ist so nervig ich schlüttere zu mal DRC oh man oh ein bisschen driften hier immerhin immerhin wieso bin ich wieder beim Chat hier Leute was geht oh wir schaffen das oh verdammt dem Axt eh eh es wäre jetzt so cool könntest du mir zugucken eh ja das wäre auch krass eigentlich wenigstens so über Handy oder so keine Ahnung so ja wenigstens über Handy so wie die Sicherheitskameras halt bei Polizisten ne so ab geht's Leute bei Porsche Lamborghini meine ich ist wieder fit am Start oh Lichter machen oh da ist ein anderer Lambo oh auch ein Loco Farbe hast du Bugatti ne ich hab Bentley und Lambo ist mehr wert als Bugatti okay Fun willst du mich wieder entblock Killerfox warum hab ich dich geblockt hab echt viele geblockt hab ich das Gefühl in letzter Zeit warum macht ihr denn auch alle Mist Leute ich hab euch nie ohne Grund geblockt das weiß ich hundertprozentig also safe boah ich meine ich kenne eure Namen ich weiß dass ihr eigentlich nicht so assi seid deswegen was ist da los warum macht ihr Mist ne da Loco und Bimo Leute so sieht's aus okay ich bin unsichtbar ich kann einfach flüchten Leute hier liegt auch schon einer oh BMW wird abgeschleppt oh die arme he he ich hab Gaming Nerd überzeugt den Lambo zu kaufen okay ich hab auch einen Lambo Lambo sieht ja auch schön aus was soll man da überzeugen oh ein Grau sieht ja auch heftig aus oh mein Gott Lambo ja ich hab den hier gerade Grau gesehen ich komm mit dem jetzt in Grau ich muss meine Zeit im Knastik noch absetzen Leute irgendwie bin ich der einzige ich bin schon einen Monat blockiert und sorry ja Kuss geht raus ich glaub ich werd heute Abend mal einfach alle entblocken die die ich geblockt haben die haben's wahrscheinlich eh schon mich mittlerweile vergessen und wenn nicht werd sie halt doch zum zweiten Mal auf die Blogliste kommen he he aber sind ja anscheinend wirklich ein paar mit bei dir die immer noch aktiv im Stream sind jo so see bei ist das nicht grau sieht schick aus ja der Kollege macht auch direkt mit Ehre oh oh Smarties ich will keinen Polizisten bei mir drinnen sitzen haben falls du bei mir einsteigen willst wenn ich mich auslogge und das vergessen habe dann würde ich dich auch blockieren einfach weil ich so einen Hass auf dich schieben würde ach eh vergesse ich am Ende noch oder so kannst du derzeit Mitgliedschaften verschenken ja aber nur die für 5 Euro Leute also ich muss da auch nochmal irgendwie nachgucken und es kriegt ihr wieder bald welche sonst könnt ihr euch die ja auch für einen Euro holen kurz geht raus in den Support genau irre 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 so Leute so Leute boah habe ich mich verschluckt gerade an den Chips Alter so Bangs was geht ab Bimo was gehts so will nichts in dein Auto ja sah so aus weil du auf einmal so in Mainz gerammt hast und dann ausgestiegen bist wann kommt dein nächstes Video morgen online immer um 12.30 Uhr aktuell Leute außer am Wochenende der mich gerade einfach auf Krampf nicht verhaften wollte keine Ahnung zäh oh da ist der Sniper dieser U1 okay ey warum haust du mich warum hab ich über dem Stern ich will vielleicht raus ich glaube ich hab gerade wieder Kohle bekommen Leute sageschön auf jeden Fall Joko zäh kurz geht raus so also sonst machst du gerade meine Reifen kaputt kleinen Timeout kurz geht raus wir haben die 300k erreicht Leute ich konnte heute nicht kommentieren bei deinem Video höh okay einfach nochmal probieren oh jetzt wurde ich verhaftet war ja eine Sekunde Sol das war Ablenkung gib zu aah 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 na also so was machen wir dann jetzt oh ich komm zu dir ich bin gerade unterwegs Smarties verhafte mich jetzt bloß nicht aber danke dass du mich geschützt hast ich geh oh man ey ich glaube ich geh zur Polizei 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 als Job jetzt meinste ja oder alles klar ja ich muss noch kurz kriminellen Status wieder loswerden in einer Minute bin ich aber auch frei ja ja dann fährst du auch kurz die ADAC oder was oder später ne ich mach das später ich muss noch kurz eine Minute eine Minute muss ich kurz noch ausharren eine Minute 37 Sekunden Einkommen halten danke an Notruf Hamburg Bank für dein Geld höh bei mir sitzt jemand drinnen wenn du ein Polizist bist ey eigentlich wüsste ich dich jetzt rausschmeißen aber es wäre sehr gemein weil ich gerade über eine Brücke fahre oh was soll das ey jetzt rammt nicht auch noch einer von hinten irgendein Betley verfolgt mich nerf ich ja gleich K.O. weil die mich alle hier 6 Sekunden noch ehre um um ich hab dir 8k überwiesen danke gesion glaub das hab ich am Anfang des Films auch erwähnt ich erinnere mich dran darf ich dir ein Screamy helfen ey du hättest mir eben dein Screamy helfen können jetzt sind wir jetzt sind wir Polizei Aber du kannst gerne Crime sein, also ihr könnt alle gerne zu Crime wechseln, also da hab ich gar kein Problem mit. Was willst du tasern? Ich bin doch selber Polizist. Ich glaub manche Bots sind hier nicht so schnell von Verständ hier. So, ich hab mal einen Notruf durchgegeben hier zu mir, mal gucken wie viele Leute hier gleich auftauchen. So, schau mal. Hab ich dich gesehen, mach mal noch einen. Ist den nur aus Juwelier, mach mal noch einen. Achso, ähm... Sind wir überhaupt auf einem Server? Hast du gewechselt? Jaja schon. Ja, im Gefängnis, weißt du nicht, da bin ich ja hinterher irgendwann. Ja, ok. Echter Bimo? Hallo, Bimo sind die Besten. Danke Melanie, ihr seid die Besten. Hast du Challenge vergessen? Nein, Soul, die ist direkt schief gegangen. Schön, dass du es gesehen hast. Wir sind nicht mal zur Eingangstür in der Bank gekommen. Direkt festgenommen worden. Äh, ich geh zur Polizei, muss das kriminalen Status loswerden. Äh, ja, ja, äh, ja, eventuell, äh, klingt das eventuell komisch, das stimmt schon. Nee. Du kannst von hinten rein auch reingehen mit Bombe. Ja, aber dann musst du doch vorne erst die Bombe platzieren. Du musst ja beide Bomben platzieren, plus das kostet mehr. Ich hab's mal getestet mit nur einer Bombe, da hat das nicht geklappt. Die Tür muss ja auch aufgehen. Nein. Also, wenn sie es nicht geupdatet haben, weil getestet habe ich's schon mal, da ging's nicht. Jetzt bin ich natürlich neugierig. So, wann kommt dein Video online? Morgen bei Loco um 12.30 Uhr. Äh, und bei dir? Äh, ich muss eigentlich immer um 10 Uhr morgens hochladen, aber dadurch, dass das Internet hier ein bisschen furz ist, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich hinkriege, aber ich versuche auf jeden Fall mal das bis allerspätestens 15 Uhr hochzuladen. Wenn um 15 Uhr oder bis 15 Uhr noch kein Video gekommen ist, Leute, dann geht das hier mit dem Internet irgendwie nicht, dann kommt aber auf jeden Fall wieder morgen ein Livestream von mir, Freunde. Genau. So, ich will sehen, mein Nitter ist grad schlecht, Basti ist gar nicht schlimm, du musst doch nicht bei jedemstüben dabei sein, du machst gute Arbeit. Und grad ist auch sehr angenehm, was die Leute angeht. JD, ich hab nur drauf, ach so, hier. Hast du, hat der eine Bombe? Platziert ihn mal. Ein Kuss geht raus. Eine Polizeischätze, wie schon wieder nicht im selben Server? Doch, Beamer hat seine Position geteilt, ich seh das gar nicht. Also, der hat das als, äh, hier, Leitstelle mit dem Zentrum, hat einen Rückruf gesendet. Ey Leute, hört doch auf, mir mein Auto wegzuschieben jetzt. Ey, zweimal geblitzt wegen euch hier. Egal. Egal. Ich will keinen Fang, ich brauch nur die Waffen. Leute, Leute. Ah, Soul, es tut mir leid. Schade, aber ist nicht schlimm. Bist du beim nächsten Mal dabei? Bist du heute aktiv im Chat dabei? Ist auch gut. Da schreibt irgendeiner auf Spanisch in meinem Chat. Hä? Hä? Como ist das? Ja. So, Fanny, wie lange sind wir denn hier jetzt eigentlich schon online? Oh, fast eine Stunde. Das trifft sich ja dann eigentlich ganz gut hier. Freunde, Freunde, Freunde. So. Ich mach mich dann gleich schon mal langsam fertig. Ich send dann alle mal rüber hier zu Loco, Leute. Ja, ich bin jetzt auch weg. Wenn du rausgehst, geh ich auch raus. So, aber kurz geht raus. Ja, ja, ja. Safe, 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 safe. Okay, sonst hätte ich jetzt alle einmal zu YouTube und sein. Ja, das ist sehr nett. Aber wir können noch ein paar Minuten was machen, Leute. Aber viel lange mach ich auch nicht mehr. Aber kurz geht raus. Ja, ja, ja. Alles klar. Okay, okay, okay. Mach mal, dann riechst du ja am Wochenende mal zusammen wieder hier. Ja, Leute. Ja, genau, genau, genau. Dann schauen wir mal auf jeden Fall, Freunde. War doch ein schöner kleiner Stream. Ja, 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 auf jeden Fall. Kurz geht raus an alle, die neu dazugekommen sind. Ich weiß gar nicht. Haben wir ein paar Abos gemacht? So. Auch immer die stillen Zuschauer. Ab morgen endlich wieder neue Videos rauszuhauen, Leute. Also deswegen hoffentlich gibt's ab morgen wieder neue Videos. Wir müssen eigentlich unbedingt einen Short machen, ey, wenn wir uns sehen. Irgendwie was, wo wir so Gesichter mit den Diggern einfügen, ne? Irgendwie sowas. Oh Mann, Leute. Seid gespannt auf jeden Fall. Die nächsten Wochen werden interessant. Aktiviert die Glocke bei mir und BMO. Schaut in die Beschreibung, da findet ihr seinen Kanal und noch sämtliche anderen Links zu unserem Discord, zu Merch und sonst was, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Kuss, kuss. Tschüss. Genau, Leute. Auch bei mir. Checkt die Beschreibung und so weiter und so fort. Für alle möglichen Links ab morgen gibt's dann hoffentlich, 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 hoffentlich wieder aktiv Videos, Freunde. Und hier und da auch mal den einen oder anderen Livestream. Fürs Einschalten, Leute. Fürs Mitmacht, fürs Mitspielen, fürs Geld Spenden, fürs Mitgliedschaften, keine Ahnung. Kuss, kuss. Genau. Find nicht YouTube Video. Nee, du bist schon live. Wirklich, also. Da muss ich auch nochmal loben. Die Community ist wirklich stark, ey. Macht schon wirklich Spaß mit euch. So, deswegen, Leute. Dankeschön und bis zum nächsten Stream. throne 154 2 4 5 2 100 200 9